Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbige kennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösung enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Matte-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, versuchen wir doch mal eine weitere Extremwertaufgabe. Und zwar Aufgabe Nummer 2. Eine Firma möchte zylinderförmige Dosen für Bohnensuppe herstellen. In eine Dose soll jeweils ein halber Liter Bohnensuppe. Ein halber Liter Bohnensuppe hat ein Volumen von 500 Kubikzentimeter. Wie hoch bzw. welchen Radius muss die zylinderförmige Dose haben, wenn Sie den Materialverbrauch und damit die Kosten bei der Produktion der Dose so gering wie möglich halten möchten. Okay, worum geht es? Um eine Dose. Und wie bekannt sein dürfte, ist eine Dose mathematisch gesehen nichts anderes als ein Zylinder. Wir zeichnen also mal grob einen Zylinder. So, das könnte jetzt ungefähr die Dose sein. Und wie immer, eine Skizze nutzt nichts ohne entsprechende Bezeichnungen. Hier unten haben wir den Radius R. Und hier haben wir die entsprechende Höhe H. Geht es weiter mit Punkt Nummer 2. Wir müssen also eine Extremalbedingung aufstellen. Was war nochmal eine Extremalbedingung aufstellen? Wir müssen also eine Formel finden für das, was maximal oder minimal werden soll. Schauen wir dazu in die Aufgabe. Hier soll nämlich die Oberfläche minimal werden, weil wir ja möglichst wenig Material verbrauchen werden. Also brauchen wir eine Formel für die Oberfläche von einem Zylinder. Das wäre dann unsere Extremalbedingung. E.B. Betrachten wir uns zunächst mal nochmal die Form von dem Körper. Wenn wir das einordnen in ein Schema, das wir vielleicht gelernt haben. Es gibt nämlich im Prinzip zwei große Gruppen von Körpern. Die eine Gruppe sind die Spitzenkörper. Haben wir hier definitiv keinen vorliegen. Und die andere große Gruppe von Körpern sind die Prismen. Und die wesentliche Grundeigenschaft von Prismen ist eben, dass wir hier unten eine Grundfläche haben. Und hier oben haben wir erneut genau die gleiche Grundfläche. Und beim Zylinder haben wir hier unten einen Kreis. Und oben entsprechend wieder einen Kreis. Also haben wir jetzt festgestellt, dass es sich um ein Prisma handelt. Und für die Oberfläche von jedem Prisma gilt zweimal die Grundfläche plus der Mantel. Zweimal die Grundfläche plus der Mantel. Die Grundfläche, wie gerade beschrieben, ist ein Kreis. Und für die Fläche von einem Kreis gilt, dass die Grundfläche Pi mal R² ist. Wir können also die Formel folgendermaßen abändern. Die Oberfläche ist zweimal die Grundfläche. Die Grundfläche ist ja ein Kreis. Deswegen Pi mal R² plus der Mantel. So, was ist der Mantel? Für den Mantel gibt es auch eine entsprechende Formel. Die Oberfläche ist, diesen Bereich übernehmen wir, zweimal Pi mal R² plus der Mantel. Und der Mantel ist ja der Umfang der Grundfläche mal die Höhe. Nennen wir es mal UG mal A. Der Umfang der Grundfläche mal die Höhe. Die Oberfläche ist also zweimal Pi mal R² plus den Umfang der Grundfläche. Da haben wir, die Grundfläche ist ein Kreis und der Umfang ist eben zweimal Pi mal R und das mal H. Übernehmen wir. So, und damit haben wir unsere Extremalbedingung aufgestellt. Und wenn wir uns diese Extremalbedingung ein bisschen näher anschauen, dann erkennen wir, dass diese Extremalbedingung von zwei Variablen abhängig ist. Nämlich von R und von H. Und die Konsequenz aus dieser Erkenntnis ist, dass wir eine Nebenbedingung benötigen. Und diese Nebenbedingungen müssen wir aus dem Text entsprechend herausziehen. Wir wissen nämlich von dieser Dose, dass sie ein Volumen von 500 Kubikzentimeter haben soll. 500 Zentimeter hoch 3. Und diese Information können wir jetzt nutzen, indem wir daraus eine Nebenbedingung aufstellen. Denn das Volumen von einem Prisma wird allgemein berechnet mit Grundfläche mal Höhe. Volumen ist also Grundfläche mal Höhe. Volumen beträgt 500 Zentimeter hoch 3. Ist Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche ist wieder der Kreis. Und für die Fläche von einem Kreis gilt Pi mal R Quadrat. Und das H übernehmen wir. Das wäre also unsere Nebenbedingung. Und unser Punkt 3 fordert ja gerade Nebenbedingungen aufstellen und dabei die entsprechenden Informationen aus dem Text beachten. Punkt Nummer 4 von unserem Schema. Wir sollen jetzt eine Zielfunktion aufstellen, indem wir die Nebenbedingungen in die Extremalbedingungen einfließen lassen. Diese Nebenbedingungen müssen wir also in die Extremalbedingungen einfließen lassen. Wie machen wir das? Wir lösen die Nebenbedingungen nach einer Variablen auf. Entweder R oder H. Und wenn wir uns das betrachten, ist es offensichtlich einfacher, diese Nebenbedingungen nach H aufzulösen. Wir vertauschen die Seiten. Jetzt überlegen wir uns, was stört uns auf der linken Seite. H soll ja stehen bleiben. Pi mal R Quadrat ist also nicht erwünscht auf der linken Seite. Deswegen teilen wir durch Pi mal R Quadrat und erhalten die Nebenbedingung H ist gleich 500 cm auf 3 durch Pi mal R Quadrat. Diese Nebenbedingungen müssen wir jetzt einfließen lassen in die Extremalbedingungen. Und erhalten dann unsere Zielfunktion, die folgendermaßen aussieht. Die Oberfläche ist 2 mal Pi mal R Quadrat plus 2 mal Pi mal R und das H wird ersetzt durch diesen Ausdruck. Wir setzen ja H da ein. 500 mal 500 durch Pi mal R Quadrat. Das wäre jetzt also unsere Zielfunktion. Und da wir im nächsten Schritt die Zielfunktion 2 mal ableiten sollen. Und die Ableitung von diesem Ausdruck vielleicht doch etwas kompliziert ist, sollte man immer vor dem Ableiten eine entsprechende Vereinfachung machen. Und diese Vereinfachung sieht hier folgendermaßen aus, dass wir Pi und Pi wegkürzen können. Dieses R mit einem R von hier. Und 2 mal 500 gibt 1000. Dementsprechend kriegen wir folgende Zielfunktion. Die Oberfläche ist also 2 mal Pi mal R Quadrat plus 2 mal 500 gibt wie gesagt 1000. Durch und übrig bleibt nur noch das R. Und betrachten wir uns auch hier wieder Zielfunktion und Extremalbedingungen. Die Extremalbedingungen waren auch von zwei Variablen abhängig, nämlich von R und von H. Und mithilfe einer Nebenbedingung waren wir in der Lage, die Zielfunktion zu erstellen, die letzten Endes nur noch von einer Variable abhängig ist. Die Oberfläche hängt jetzt nur noch von dem Radius ab. Okay, damit kommen wir zu Punkt Nummer 5. Wir sollen nämlich diese Zielfunktion, ich schreibe sie gerade nochmal auf, zweimal ableiten. Wenn wir also diese Zielfunktion zweimal ableiten, erhalten wir folgendes. O' also die erste Ableitung von der Zielfunktion ist 4PiR plus 1000 durch R hoch 2. Aber da gehört noch ein Minus davor. So, diese Ableitung bedarf jetzt wahrscheinlich einiger Erklärungen. Die 2 mal Pi sind Konstanten, die jeweils multipliziert werden. Die bleiben beim Ableiten erhalten. Und die Ableitung von R hoch 2 ist 2R hoch 1. Und 2 mal 2 ergibt dann die 4. Also es müsste jetzt einigermaßen klar sein, wie man von da nach da kommt. Die Ableitung von dem 1000 durch R folgt nach einer speziellen Regel. Und diese Regel lautet, der Zähler wird mit dem Exponenten mal genommen. 1 mal 1000 gibt die 1000. Das Vorzeichen muss geändert werden. Und der Exponenten muss um 1 erhöht werden. Das ist eine spezielle Regel, die Sie immer dann anwenden müssen, wenn die Variable nach der abgeleitet werden soll. Im Nenner steht, also unten. Erste Ableitung können wir noch ein wenig vereinfachen. 4 mal Pi mal R minus 1000 durch R². So, leiten wir diesen Ausdruck gleich nochmal ab. Denn wir benötigen ja auch die zweite Ableitung. Zweite Ableitung lautet dann. Das Minus trennt das wieder in zwei Teile. Kümmern wir uns zunächst um diesen Teil. 4 Pi sind Konstanten, die multipliziert werden. Und die bleiben ja beim Ableiten erhalten. Und deswegen ist die Ableitung von 4 Pi R 4 Pi. Die Ableitung von 8x ist ja auch 8. Dann kommt das Minus. Der Bruch wird wieder nach der gleichen Regel abgeleitet wie vorher. 1000 mal 2 sind 2000. Dann müssen wir das Vorzeichen umdrehen. Wir können also ein Plus draus machen und den Exponenten um 1 erhöhen. Damit kommen wir zum nächsten Punkt von unserem Schema. Nämlich, wir wollen ein potenzielles Extrema der Zielfunktion bestimmen. Und das erreichen wir, indem wir die erste Ableitung gleich 0 setzen. Es gilt also O' gleich 0. Die erste Ableitung von der Oberfläche soll gleich 0 sein. Da haben wir die erste Ableitung von der Oberfläche. Es gilt also 4 Pi R minus 1000 durch R² gleich 0. Diesen Ausdruck müssen wir lösen. Und das, was uns bei Gleichungen auflösen immer am meisten stört, ist, wenn eine Variable unten im Nenner ist. Und das kriegen wir weg, indem wir das Gegenteil machen von dem, was da steht. Da steht durch R². Und die Anweisung lautet deswegen mal R². Sollen wir die komplette linke Seite mal R² nehmen, müssen wir diesen Teil mit R² mal nehmen und diesen Teil mit R² mal nehmen. Wenn wir diesen Teil mit R² mal nehmen, erhalten wir 4 Pi mal R³ minus. Wenn wir diesen Teil mit R² mal nehmen, verschwindet der Nenner. Also minus 1000 gleich 0 mal R² ist immer noch 0. Nächsten Zug stört uns die 1000. Folgende Anweisung. Plus 1000, 4 Pi mal R³ ist gleich 1000. Die 4 Pi stören, bekommen wir mit der entsprechenden Anweisung weg. Geteilt durch 4 Pi. R³ ist also 1000 geteilt durch 4 Pi. hoch 3 stört, hoch 3 können wir verschwinden lassen, indem wir die Anweisung machen. Dritte Wurzel. R ist also 1000 durch 4 Pi. Daraus die dritte Wurzel. Und wenn wir diesen Ausdruck ausrechnen, bekommen wir ungefähr 4,3 heraus. Und diese 4,3 bedeutet jetzt, dass wir ein potenzielles Extremum haben. Das heißt, diese 4,3, das kann ein Extremum sein, muss aber nicht zwangsläufig ein Extremum sein. Und um festzustellen, ob es sich jetzt wirklich um ein Extremum handelt, das können wir überprüfen, indem wir den Radius 4,3 in die zweite Ableitung einsetzen und das Ergebnis entsprechend interpretieren. Ich schreibe gerade die zweite Ableitung nochmal hin. Die zweite Ableitung, wenn wir die 4,3 entsprechend einsetzen, ist 4 Pi plus 2000 durch 4,3 hoch 3. Und wenn wir diesen Ausdruck im Taschenrechner einsetzen, bekommen wir heraus, wo 2' von 4,3 beträgt ungefähr 37,7. Und die Interpretation ist folgende. Wenn wir also dieses potenzielle Extremum in die zweite Ableitung einsetzen, erhalten wir 37,7. Und das ist schon mal auf jeden Fall ungleich 0. Und deswegen handelt es sich um ein tatsächliches Extremum. Wir können aber noch mehr erkennen, denn 37,7 ist definitiv größer 0. Und wir erhalten dann die Interpretation, dass es sich um ein Minimum handelt. Und das ist ja auch gut so, denn wir wollten ja die Oberfläche minimieren. Dafür haben wir ja unsere Zielfunktion. Die Zielfunktion lautet, Zf abgekürzt, Oberfläche ist gleich 2 mal Pi mal R² plus 1000 durch R. Das war die bereits ermittelte Zielfunktion. Und wenn wir hier entsprechend R einsetzen, können wir auch noch entsprechend aufschreiben. 2 mal Pi mal 4,3 hoch 2 plus 1000 durch R. Und durch entsprechendes Eintippen in den Taschenrechner erhalten wir ungefähr den Wert 348,73. Quadratzentimeter, denn die Oberfläche ist ja eine Fläche und Flächen werden immer mit Hochzweigekennzeichnet bei der entsprechenden Einheit. Eine andere Größe, die von Interesse sein kann, ist die Höhe von dem Zylinder. Denn wenn wir diese Dose bauen, genügt es ja nicht nur zu wissen, wie lang der Radius ist, sondern wir brauchen auch die entsprechende Höhe. Und im Verlauf der Rechnung hatten wir die Nebenbedingungen nach der Höhe aufgelöst. Es sah folgendermaßen aus. H ist gleich 500 durch Pi mal R². Und wir sehen, wenn wir hier den Radius einsetzen, erhalten wir die Höhe. H ist also 500 durch Pi mal 4,3 ins Quadrat. Und die Höhe beträgt also 8,6 Zentimeter. Hier bitte nicht einen sehr beliebten Fehler machen, indem Sie in den Taschenrechner eintippen. Dann werden Sie nicht auf die 8,6 Zentimeter kommen, denn die berühmte Falle beim Eintippen von Brüchen in den Taschenrechner ist, dass man vergisst, dass man um den Zähler oder um den Nenner eine Klammer tippen sollte. Und dann klappt es auch mit den 8,6 Zentimeter. So, als Zusammenfassung von der Aufgabe können wir jetzt Folgendes festhalten. Wenn wir also einen Zylinder haben, ich zeichne schnell nochmal einen. Und wir haben folgende Voraussetzung, dass in diesen Zylinder auf jeden Fall 500 Kubikzentimeter von dieser Suppe hineingehen soll, also in diese Dose. Dann wissen wir, dass wir eine minimale Oberfläche haben, wenn der Radius 4,3 beträgt und die Höhe 8,6. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mattebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Video-Empfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.